Warnung! Die Stunts in diesem Film wurden von Professionellen geführt. Also für eure Sicherheit und die Schutz der sich um dich, probiere nicht die Stunts, die du jetzt sehen kannst. Thomas, this is the world's strongest beer. 67,5 Prozent. Genau. Ja. Soll ich es jetzt sagen? Ja, jetzt du. I'm the Thomas, this is the world's strongest beer. 67,5 Prozent. Ja, Prost. Hättest du einfach Deutsch sagen können. Hm, brennt. Brennt. Wie schmeckt es so? Was haben sie da für eine Geschmacksrichtung drin? Schmeckt nach Brand. Es brennt ein wenig im Abgang und im Mund. Mehr nicht. Das sind die Prozente, genau. Es brennt. Würdest du sagen, das ist Bier oder eher das ist ein Schnaps? Das ist schon Schnaps. Das ist schon Schnaps. Definitiv. Mal gucken, wie es dir später noch geht. Gut. Weil die Mama nämlich gesagt hat, danach ist er rumgerannt und hat gedacht, jetzt merke ich das erste Mal. Ich fühle mich wie besoffen. Es brennt aber echt am Alz. So im Abgang, ich merke es gerade hier so. Wenn ich trinke halt was nach oder so. Ich schenke das jetzt einfach noch ein und mache in der Folge einfach noch mit. Juck, das passt aber. Das sind hier fast zwei Schlücke, wa? Ach du meine Fresse. Das ist aber nochmal drin. Jetzt dachte ich, ich bin schlau. So, wir machen das leer, wenn wir einmal beim Dummer sind. Eims Ramses. This is the world strongest Bier. 67,5% Teil 2. Ich muss selber husten. Die anderen sind immer ruhig und gemütlich. Aber ich habe gedacht, da ist ja noch was drin. Wir haben gleich noch Teil 3, warte. Boah, wird jetzt nochmal leer. Oh, das passt. Kriegst du es noch weg? So. Na, ich darf nicht. Man darf ja nur zwei. Soll ich es jetzt leer? Ne, man darf nur eins. Na, man darf nur eins. Hast du schon eins. Janiya, möchtest du das letzte? Dann opfer ich mich fürs Team. Kannst du nochmal sagen? Oh Gott, das wollen wir kriegen. I am the Janiya. I am the Janiya. Genau, I am the Janiya. I am the Janiya. And this is the world strongest Bier mit 67,5%. Teil 2, weil eins hat sie ja schon mal gehabt. Teil 2. Da guckt keine Mine. Da wird nicht gehustet. Alles sieht gut aus. Die ist hart im Nehmen. Der wird mit der Zeit immer besser. Muss ich schon sagen. Ne. Das war die Special Edition. Mit dem Thomas. Mit der Janiya. Mit dem Ramses. In Gera. Auf dem Balkon. Beim Thomas. Guckt nochmal. So sieht es aus. Wenn man vom Balkon runter guckt. Hier sind die Blumen. Und das war es jetzt. Peace out Vorhaut. Und dann müssen wir irgendwann noch alles zusammenschneiden. Und dann kommt das große, bald stronges Bier tasting. Peace out Vorhaut. Euer Ramses. Musik. Woah. Hahaha. qual双 neck. subtract don. 0